Ranger-Zipfel-Klatscher Den hatten wir Wo ist denn noch eine Ameise gewesen? Da vorne war glaube ich eine Ameise Da ist sie! Hoppala, war die ganz schnell nach links verschwunden Die RNK schickt gleich wieder Vier Söldner Um mich zu töten Finde ich auch übertrieben, aber hey Ich treff dich Schon Keine Sorge Husch husch Jetzt aber schnell Na endlich! Idiot! Kritischer Angriff auf Ranger! Linkes Bein verkrüppelt Rumpf verkrüppelt Kritischer Schleichangriff auf Ranger! Mhm! Guck, da ist noch eine Ameise Man muss auf alles gefasst sein Ach ja, ihr Ranger Ihr geht mir so ziemlich gegen Strich NK Ranger Was hatten die dabei? Patrouillenrüstung Ranger-Hut Brauche ich nicht Nehme ich Nehme ich Nehme ich Oh, Stimplex 2 Nehme ich Was hat denn der dabei? Ranger-Kampfrüstung Ranger-Helm Cool Äh Tester 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 Oh, holla Achso Ja, ich kann nicht mehr laufen Ich weiß Alles nehmen Ach weißt du was Nehme alles Die Hülsen kann ich später auch noch raus tun Da war doch noch einer Hat sie denn da vorne zerlegt? Moment Einmal speichern Einmal nachladen Bitte Einmal Waffe wegstecken Nochmal speichern Und Und dann Auf zum Reparieren Ein Waffen will ich Äh Der ist kaputt Toll Sturmkarabiner Ja klar Ja klar Ist das schon Sturmkarabiner Kein Schadenschutzkarabiner Ist ja auch nicht die Legion Die Legion Klar Autoritätsbrille Alles klar 301 Kilo Ranger Rangerhut Wert Nichts Gewicht Nichts Metallrüstung Was ist da Et Komm mal kurz her Ich brauch dich mal kurz Ich glaub nicht dass er das Drachen kann Et Erstmal Pass auf Du kriegst jetzt erst einmal Die Maschinenpistole mit 5 Kilo Die beiden Revolme mit 3,5 Kilo Die Pistole mit 3 Kilo Die abgesächte Schrotflinte Äh Destrum mit 5 Kilo Buttermesser Weg damit Jagdgewehr mit 6 Kilo Eine Kaffeetasse haben die dabei Ich pack das nicht Kundschaftskapuze 2 Kilo Lederrüstung verstärkt Legionskundschaftsrüstung 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 Doch kann er sogar tragen Dann die zwei Macheten Die Metallrüstung mit 30 Kilo Ihr Begleiter kann diese Fraktionsrüstung nicht tragen Sag ich doch Ist klar Guck da Lichter nämlich Lässiges Ranger Outfit Klar Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen oder? Nö, nicht unbedingt Ich will was ausprobieren Wie sieht das denn aus bei dir? Pass mal auf Ähm Wie hieß denn das Ding nochmal? Ranger Patrouillenrüstung Ranger Kampfrüstung Wie? Äh wo ist denn der Der Hut dazu? Ranger Helm Ihr Begleiter kann diese Fraktionsrüstung nicht tragen Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen oder? Gib mir den Helm Man kann es auch übertreiben Ähm Dann kriegste von mir Pass mal auf Kundschaft der Kapuze brauchst du ja nicht Ähm Kampfrüstung Blablabla Ranger Hut Ranger Helm Business Kleid Schmutzig 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 Hier Und Und Ranger Ranger Kampfrüstung Sie sind jetzt wie ein äh Mitglied der einen Kark gekleidet Äh Alles klar Also mal weg Jetzt bin ich wieder gekleidet wie ich eigentlich bin Erwischt Erwischt Da laufen noch welche Da laufen noch welche Da ist noch einer Kritischer Angriff auf Riesenameise 75 von 75 Töten sie irgendwas Irgendwas Stufenaufstieg Stufenaufstieg Ok 14 14 Punkte Hammer Dann würde ich nochmal sagen Sprache 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 machen wir mal 10 Hoppala Und äh Waffenlos Überleben Wir haben noch 4 übrig Machen wir Medizin 2 Stück Und Dietrich machen wir nochmal 2 Oder? Ja Ich werde dich doch nochmal treffen heute Mann 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 Da ist ein Pflänzchen Da ist ne Ameise Wow Neun Arsch getroffen Da hinten müssen noch welche rumlaufen Wir haben gerade ein Auto pulverisiert, atomisiert, kann man fast schon sagen Ja, so ein Scharfschutzgewehr ist schon extrem gefährlich Hier sind noch zwei rote Punkte Autowerkstatt Nippten Ach, Nippten heißt das Kaff Heilpulver, bla bla Munitionskiste, Splitterminen Erledigt sie Leicht verschlossen, Granatenkiste, leicht verschlossen Nein, ich schau Mano Molzu Nett auf mich schießen Sag mal, spinnst du? Da musst du von einem Eck zum nächsten rennen, um sie auszunehmen Nein, 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 nein Und die Laserpistole müssen wir auch noch finden Da liegt ein Koffer Aktentasche mit einem Aschenbecher drin Ja, schlepp bitte schon einen Aktenkoffer mit einem Aschenbecher drin rum Ey, hallo? Skorpion Noch ein Skorpion Oh, holla Okay, was haben wir da drüben? Haben wir noch ein Skorpion? So hoch Jawoll Töten Sie Insekten, war da grad gestanden Das ist schön Töten Sie Insekten, irgendwas, bla bla Kann ich viel mit anfangen Da ist ein abgestatztes B-29 Bomber Sehr schön Achso, ne Tür Ich hab grad eine Tür erschossen Wo laufen die eigentlich lang? Guck, da brennt es und kokelt es Ich würde sagen, wir machen hier unser Lager Ich töte den Raben nicht, warum? Warum soll ich den töten? So, und da drüben haben wir noch zwei Rabensitzen Ich mache hier noch einen Speicherpunkt Und dann mache ich eine Aufnahmepause Ich bin doch schon ewig am Spielen heute Und dann sieht man sich später Bis dann Ciao 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 Vielen Dank.